So, Leute, die Friese sitzt und wir sind bereit für ein neues Projekt. Mein Name ist Hanno Blatt und das ist... Störs Sie, brother. Ey, geile Friese, siehst heute echt einwandfrei aus. Danke, Stärzig, Allah. Ich guck gerade genau zu dir rüber, obwohl du ja da sitzt für mich. Naja, ist ja auch egal. So, ihr fragt uns sicherlich, well, Hanno Blatt, it's 2021 and you're still playing Minecraft. Why? Und da kann ich nur entgegnen, warum nicht? Wir haben uns gedacht, wir spielen zu zweit Minecraft auf Hardcore durch. Das ist das Ziel. Jetzt für Leute, die jetzt vielleicht nicht irgendwie so... Also es gibt einen Hardcore-Modus in Minecraft und der besagt, wenn man stirbt, ist alles weg. Wenn einer von uns beiden stirbt, ist alles resettet und wir müssen komplett von vorne anfangen. Und das machen wir auch. Das machen wir so lange, bis entweder wir keine Lust mehr haben, ihr keine Lust mehr habt oder... Ja, ich glaub, das sind die beiden Gründe. Basically. Basically. Wir werden das immer abwechselnd hochladen, bei mir hier auf den zweiten Kanal und bei Stärzig auf seinem Kanal. Bei Stärzig kommt das Video am Samstag. Exakt, genau. Aber bei mir auch nicht komplett uncut, sondern so ein bisschen... Bisschen geschnitten Brot. Bisschen rund gemacht, ne? Genau, ein bisschen rund, eckig. Ist ja eckig, deswegen rund. Genau, Minecraft. Genau, Minecraft. In der Videobeschreibung ist da auch ein Playlist-Link, könnt ihr auch nachschauen. Und das war noch nicht alles, denn auf dem Hardcore-Modus gibt's noch eine Besonderheit in Bezug auf Heilung, oder Stärzig? Ist nicht nur so, dass man nur durch goldene Äpfel leben recovert oder so? Nee, nee, nee. Ist alles normal, nur... Nur wenn man stirbt, ist Grip. Genau. Und die Herzen gucken böse. Okay. Kann sein. Dann würd ich sagen, also vielleicht auch so zur Vorwarnung, ich hab Minecraft noch nie durchgespielt, aber ich hab natürlich in etwaigen Erfolgsformaten mitgewirkt, wie zum Beispiel Minecraft Waro oder Minecraft Pyro. Was? Minecraft Pyro? Jaja, das war krass. Also ich bin jetzt nicht komplett fachfremd, aber es gibt ja schon eine gewisse strategische Abfolge und da ist Sterzig mehr drin, oder Sterzig? Also, zu mir, ne, hallo? Ja, hallo. Ich hab Minecraft tatsächlich schon öfters mal durchgespielt, hab so auf der Playstation 3, der Playstation 4 das Ding sogar gezockt und halt mehrmals auf dem PC durchgezockt. Und ich meine mich noch... Warte, warte, warte. Auf der Playstation? Jaja. Ja. Ich hab das Spiel auf der Playstation 3 und auf der Playstation 4 auf Platin gespielt, das heißt alle Erfolge, die es gibt, erreicht. Ja, ja. Und deshalb, ich erinnere mich noch dran, was man alles so braucht und deshalb bin ich, glaube ich, ich weiß zumindest, was wir machen müssen. Und was ganz nützlich wäre dann im Endkampf so gegen den Dragon, wenn du es nicht weißt, der entgegessen wird. Elder Dragon, ne? Genau, der Ender Dragon. Ender, nicht Elder. Also, nur kurz, kann es, gibt es theoretisch, mathematisch die Chance, dass ein Patch kam und der dir so ein bisschen Strich durch die Rechnung macht, Digga? Ich glaube nicht. Gut. Also, es gab viele Patches, die drumherum viel hinzugefügt haben. Aha. Was man noch zusätzlich abschließen kann und auch danach. Aber es kam jetzt nichts, was so dieses Prinzip, ne? Also, das Prinzip ist dasselbe. Das hätte ich nicht. Durch das Portal muss man irgendwie auch, ne? Genau, es gibt, also, ja, wir müssen vieles erledigen. Gut. Das werde ich, also, ja, ich werde gleich, du kannst erst mal die Zeit erklären, ne? Wie wir unsere Folgen aufbauen. Genau, wir machen immer eine Stunde. Eine Stunde und dann ist direkt Schluss. Da challengen wir uns auch so ein bisschen. Ja, wobei. Okay. Aber, also, das Ding ist, der Server läuft ja weiter. Wir haben einen Server. Das heißt, wenn wir uns ausloggen und wir uns dann irgendwann wieder einloggen, kann es sein, dass wir einen Gegner anspauen, oder? Rein theoretisch. Ja. Sprich, wenn hier die Uhr 60 Minuten sagt, sollten wir wieder zu Hause sein. Ja, oder zumindest an irgendeinem sicheren Ort, wo wir nicht instant, ne? Ist so ein bisschen wie Varro, ne? Da war es ja auch so, oh, wir haben jetzt hier nur 15 Minuten, war das, glaube ich. Und, äh, da haben die sich auch gegenseitig getrappt, um zu gucken, wenn jemand wieder online kommt, dann schnell rein und so weiter. Ja, also, wir müssen auf jeden Fall, sobald die Zeit halt abläuft, zumindest sicher sein, dass wir uns direkt danach halt wieder, äh, also, beziehungsweise bei der nächsten Aufnahme dann wieder richtig ... Ich glaube, wir können uns da noch einfach einbauen kurz, oder? Ja, 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 das reicht auf jeden Fall. Aber es kann halt sein, dass wir einfach das teilweise verplanen und dann sind wir halt gebobst. Also, entweder haben wir Glück oder wir sind halt dann im Ass. Okay. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal rein, oder? Von mir aus sehr gerne. Oder gibt's noch was zu sagen? Also, ich glaub, wir haben eigentlich alles gesagt, dass du keine Ahnung hast. Ich hab Ahnung, ein bisschen. Ja, und den Rest können wir ja auch on the way erklären. Und den Rest würde ich jetzt nicht. Achso, und wir tryharden natürlich. Also, wir tryharden wirklich. Wir versuchen wirklich, unser Beste zu geben. Ja. Also, klar, es soll irgendwie Spaß sein, weil wir tausendmal sterben werden, vielleicht. Aber wir wollen auch richtig tryharden, weil dafür sind Stärzinger und ich auch ein Stück weit bekannt. Zumindest so in Variety-Games, so gut es geht halt, immer das Beste zu geben. Okay. Genau, und es geht jetzt hauptsächlich wirklich ... Wir bauen keine fancy Häuser. Nein. Einfach nur Effizienz. Komplett Effizienz. Ja. Okay. Ich zähl runter, ja? Okay. Oh, ich bin so nervös wie damals bei Varro. Drei, zwei, eins, go. Okay, man spawnt ja zusammen. Man hat so einen Spawn, aber auf dem Hardcore-Server ist das ja egal. So. Ah! Spinne! Nein. Hä? Warte, ich komm rum. Ich boxe hier auch. Warum ist es denn nacht, wenn wir starten? Warum nimmt die kein Damage? Die hat wahrscheinlich ... So. Monster Hunter. Okay, also, erstes Ziel komplett ... Holz, 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 Holz. Go, go, go. Holz. Einfach nur Holz. Klopf auf Holz. Also, unser erstes Long-Term-Ziel wird es sein, Rüstung zu craften. Aber es wird jetzt nacht. Damit müssen wir jetzt irgendwie arbeiten. Okay, geh mal kurz auf Einstellungen. Das ist für die Zuschauer auch angenehmer. Ja. Options, Video-Settings und dann Brightness auf ganz hell. Bright. Ja? Ja, ja. Echt? Ist das nicht schicken? Das ist nicht schicken. Inventar ist eh, ne? Ja. Okay. Oh Gott, ich muss unbedingt das Dings größer machen. Nein. Oh, geh nochmal auf Options. Ja. Äh. Scheiße, wo geht das noch? Video ... Ach, nee. Gott, 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 Gott. Und ganz oben rechts Auto-Jump. Ganz wichtig. Ganz oben Auto-Jump? Ganz oben rechts bei Controls Auto-Jump. Off. Ja. Gut, hab ich. Super. We are set. Also, ich erkläre ganz kurz, was jetzt erstmal unser Ziel ist. Und zwar, damit wir nicht sterben ... Wir brauchen eine Werkbank. Ja, wir brauchen ... Also, ja, auf jeden Fall erstmal Werkbank. Äh, die bei euch jetzt mal. Öh. So. So. Und ... Äh, wir sollten jetzt erstmal auf jeden Fall komplett auf Eisen gehen. Ja. Weil ... Ich brauch weiter Holz ab. Genau. Wir brauchen dringend ... Ich muss jetzt ... Warte kurz. Warum ist es Nacht auch? Ich muss kurz die ... Das, das ... Hä, wie mach ich denn das Overlay größer? Es ist alles ultra klein. Details. Scheiße. Das ist GUI-Scale. GUI, genau. GUI-Scale. Ah, das ist besser. Okay. Okay. Also, wir brauchen halt dringend Eisen. Und vor allem auch Essen. Ja. Äh, ich bin jetzt zum Beispiel gerade komplett Half-Head-Spiel. Und, äh ... Hab keinen Bock zu sterben. Weil Eisen schützen ist natürlich hardcore. Wie macht man nochmal die Hälfte? Die Hälfte? Ach ja. So, muss drin sein. Und dann, ja. Genau, nee, so wäre das. So, dann mach ich jetzt so eine Holz ... Äh ... Rechts. Genau, ich fahr mit grad schon Stein, damit wir uns bessere Werkzeuge ... Ja, 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 ja. Find ich gut. Ich mach noch ein bisschen mehr Holz dann in der Zwischenzeit. Was machen wir, wenn hier gleich Zombies kommen? Dann rennen wir, ne? Also, ich mach jetzt ... Genau, wir machen jetzt erstmal ... Äh, ich hab jetzt erstmal ein bisschen Stein geholt. Und ich mach uns jetzt ein paar Steinwerkzeuge. Unter anderem auch Steinschwerter. Ja, genau. Ja, was ist mit dem Pilz hier? Können wir den gebrauchen? Äh, da kann man so eine Pilzsuppe mitmachen. Das bringt uns aber jetzt gerade noch nicht viel. Ich nehm ihn trotzdem mal mit, Digga. Oh, nee. So. Ich mach jetzt mal ein Schwert für dich und mich hier. Was sind so Bärensträucher? Bringen die was? Äh, die tun erstens weh. Oh, das ist nicht gut, Digga. Also, am besten nicht gegenlaufen. Achso, willst du auch eine Steinspitzhacke? Nee, ja. Aber kann ich mir auch selber bauen, notfalls. Okay. Also, wir brauchen halt dringend jetzt Eisen und Essen. Du könntest jetzt halt einfach komplett erstmal gucken, ob wir irgendwo Essen finden. Äh, jetzt brauchst du eine Holzspitzhacke für, ne? Also, im besten Fall gucken wir uns jetzt einfach auch gleich ... Ich muss mich auch erstmal ... Es tut mir ein bisschen leid, aber ich muss mich auch erstmal an die Steuerung gewöhnen. Rechtsklick auf die Werkbank, öffnet die. Wer denkt sich das aus? Ja. Ja, das ist nicht so einfach. Okay, okay, Kohle, das ist schon mal gut. Kohle ist gut. Wir brauchen auch, was ganz wichtig ist, ähm ... Fackeln, fackeln. Ja, fackeln. Also, wir können uns quasi so eine kleine Safe-Zone bauen. Ich weiß nicht, ob das so ... Aber wir brauchen halt so einen Ort, wo keine Zombies spawnen und keine Viecher. Und die spawnen halt nur im Dunkeln. Ja. Das heißt, wir können halt Sachen ... Das weiß ich auch noch. Das war in der Alpha auch so. Ja, die hast du gezockt, ne? Übel viel. Übel, der Gamerboy. Übel viel. Ich hab Alpha gezockt und, äh, ja, war gut. Hat Spaß gemacht. Also, das hab ich wirklich ... Ich hab richtig kranke Basen gebaut und ... Auto ... Äh, hier. Die Bahnen waren damals so sick. Und, also, ne, hier, Achterbahn-Zeug. Du hast doch auch diesen fetten Turm von Sauron gebaut. Ja, Mann. Äh, Dings. Nicht Minas Tirith. Oh, ja, genau. Ich weiß schon, was du meinst, Digga. Ja, 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 ja. Okay, also, wir könnten jetzt ... Barad-Dun, Junge. Okay. Barad-Dun, glaub ich. Ja, der Turm von Barad-Dun. Okay, ich würd jetzt einfach hier erstmal das Ding ... Ich schau euch ein bisschen um. ... als unseren Safe-Spot. Okay, lass mich wenigstens mitkommen, damit du nicht verstirbst. Nee, nee, ich sterb nicht. Hä, es ist weit und breit. Kein Zombie. Wo bist du? Ist über dir quasi. Spawn die ... Spawn die Nacht. Oh mein Gott, okay. Wir haben ein Problem. Komm schnell mit. Komm rein, komm rein. Wir bauen uns ein. Oh, bau zu, bau zu. Okay. Easy. Das war grad gut. Die sind richtig fies. Die sind richtig schnell und wollen dich hart. Was war ... Das war ein Baby-Zombie. Oh, yo. Ich hab früher auch ein Minecraft-Projekt auf meinem Kanal gehabt, hab ich dir von erzählt, Minecraft-Klaro. Ja. Und da hatten wir ... Oh, vielleicht haben das Leute noch parat. Wir hatten so ein Heno-Pack. Die Zombies haben alle so Boots, Schnitts und so die ganze Zeit gemacht. Vielleicht können wir da was aktiv ... Also auch ihr seid gefragt, um dieses Projekt vielleicht so ein bisschen Community näher auch zu machen, dass ihr auch so euch einbringen könnt. Hätte ich Bock drauf. Ja, auf jeden Fall. Schlagt gerne noch spezielle Regeln vor. Ja, macht ... Schlagt Ressourcen-Packs vor. Oder irgendwie genau, so Mods oder so gerne auch. Also wir sind total offen. Ja. Und wir haben einfach nur gedacht, es wäre, glaube ich, ultra funny, wenn so zwei ... Also ein Millennial und ein Typ, der eigentlich Minecraft spielt, versuchen, das auf Hardcore durchzuspielen. Beziehungsweise es ist halt so ein bisschen dein Guilty Pleasure, kann man das sagen? Weil du hast ja anscheinend echt viel gespielt da. Ich hab's ... Also ich muss sagen, ich glaub, Minecraft ist tatsächlich eines der Spiele, wo ich am meisten ... Es war mein erstes Spiel auf dem PC. Ich hab mir damals das richtig illegal runtergeladen und wahrscheinlich sechs ... Ey, ey, schneid mal raus! Ja? Du hast es auf alternativen Wegen erhalten? So. Okay, links neben uns ist irgendeine Höhle. Ich hör hier richtig einen Zorn. Ja, du musst auch voll aufpassen. Ab welchem Level kommt noch mal Lava? Oh, ja, oh, hier links echt. Ah, ich weiß, es kann schon ganz, ganz weit oben sein. Ich bau schon mal Gänge nach ... Ja, wir müssen immer direkt was berat haben. Irgendwas wollte ich noch sagen. War es nicht auch taktisch klug, immer diese Gänge zu bauen, dann rechts und links, soweit man kann, kurz ... Aber das machen wir erst auf Ebene 13. Wie kann ich mir die nochmal anzeigen lassen? Mit irgendeiner F-Tasse, ne? Äh, F3? F3. Oh, ich bin drin. Hacker, man. Okay. Okay, also, was ich noch sagen wollte. Äh, wir spielen ja hier nicht wirklich auf dem Hardcore-Modus. Das ist ja ein Server. Wir müssen das dann immer dazwischen so neu starten. Naja, ist schon Hardcore. Aber genau. Aber es ist halt so, wenn ich draufgehe, kommt halt so ein Screen. Yo, du bist tot. Und wenn ich dann wieder im Server joinen will, kommt halt, yo, du bist gebannt. Und so funktionieren Hardcore-Multiplayer-Server. Und wir machen dann einfach ein Reset. Okay, aber jetzt wird's schon ein bisschen stressig für uns. Ja, also, wir brauchen eigentlich wirklich dringend Essen. Ja, dann müssen wir, sobald es Tag wird, wissen wir gar nicht, ne, wann es Tag ist. Also, wir müssen grad ... Ist das eine Maus oder so? Das ist eine Fehlermaus. Wir müssen eigentlich grad nur Hardcore chillen, bis es oben wieder Tag wird. Ja, dann lass es mal an. Ich nehm ein bisschen Kohle mit. Aber auf Shift übrigens ... Ach, dann fällt man nicht runter, ne? Fällt man nicht runter. Steuerung oder Shift? Shift, Shift. Shift jetzt ... Aber da geht er bei mir in die Hocke. Ist das richtig? Aber wenn du jetzt gegen ne Kante gehst, dann geht er nicht über die Kante. True, true. Das ist richtig wichtig. Ja, ja. Wir wollen schon mal ne Glamage ersparen. Wie nennen wir eigentlich das Format? Das ist ne gute Frage. Ähm. Oh. Ja. Ja, Leute! Soviel zu Community. Schreibt doch mal die Kommentare, wie sieht das aus mit dem Namen. Sag mal, dieses Underside ... Underside ... Ist das wertvolle, Digga? Nee. Schmutz, ne? Das Ding ist, das haben die nur in den Boden, glaub ich, eingebaut. Ich such mal nach Eisen, ja. Es regnet. Es regnet. Es ist richtig nervig. Das haben die, glaub ich, nur in das Spiel eingebaut, einfach damit nicht überall nur Stein ist. Okay, krass. Ja. Ich such mal weiter Eisen, das kann ja hier schon sein. Ich glaub, das können wir ein bisschen machen. Ich hab Eisen. Äh, Eisen ist halt ... Achso, der Eisen ist halt da ganz unten auf dem Boden, aber will ich halt noch nicht reinspringen. Nein, nein, ich hab hier weiter gebuddelt. Okay, es wird grad Tag. Ja, perfekt. Dann nehm ich schon mal ein bisschen Eisen mit. Aber es regnet halt gleich. Aber es regnet gerade. Ist das schlimm? Nee. Alter, ich hab hier richtig viel Eisen. Das ist richtig gut. Achso, wegen Pack hier, Dings. Ne? Resource Pack. Shader. Ja, wir haben gedacht, es wäre schon charmant, einfach das Standard-Vanilla-Ding zu nehmen. Passt doch irgendwie zu diesem Format. Hier ist Eisen. Willst du auch mal ein bisschen was suchen? Äh, oh ja. Aber pass auf, wenn du nach unten buddelst, nicht, dass du auf die Hülle triffst und dann runterfliegst. Ja, niemals straight nach unten graben. Ach, hier. Minecraft-Regel Nummer eins. Ja. Und wegen Wasser auch ganz schwierig, Digga. Wir haben auch überlegt, ob wir so eine extra, nochmal als extra schwer machen. So eine extra Regel zum Beispiel, wenn wir Wasser berühren, müssen wir aufhören mit der Aufnahme oder so. Okay, ich baue uns hier Öfen rein. Oh, Öfen sind, Öfen sind schon mal gut. Ich baue uns hier auch eine Werkbank rein. Äh, Rechtsklick. Ey, da muss ich mich echt erstmal gewöhnen. Öfen war, glaube ich, so, ne? Öfen war einfach in der Mitte ein Freilassen. Ja. Ich mache mal gleich drei, ja? Jo. Schöne Pizzaöfen. Ja, wir brauchen auf jeden Fall dringend Rüstung und halt gleich Essen ganz viel. Oder Essen halt halt auch schnell dann. Okay, Kohle ist im Ofen. Nice. Ich habe hier auch noch. Nimm den dritten. So. Okay, ähm, dann machen wir uns direkt Eisenschwerter. Was ist das Wichtigste jetzt? Eisenrüstung wahrscheinlich, ne? Also eigentlich ist alles, alles mit Eisen ist wichtig. Also pass mal auf. Ich habe Path of Exile. Entschuldigung. Super viel Prösserchen. Ich habe Path of Exile ultra viel im Hardcore-Modus gespielt. Du hast übrigens schöne Haare. Und, ähm, da war Regel Nummer eins. Lieber Tanky. Lieber Tanky als Damage. Ja, also das Ding ist, wenn wir halt, wenn wir halt abhauen vor was auch immer, ähm, dann können wir halt wenigstens auch was aushalten. Ja, also lieber immer Tanky. Hast du recht. Dann machen wir das erstmal. Erstmal Brustplatte. Gibt es am meisten? Gibt es eine Rüstung, die, also, ne, Helm, Füße, Brust und so weiter. Gibt irgendwas mehr oder geben die alle gleich für Rüstung, Panzerung? Äh. Ja, die Herzchen gucken gar nicht böse. Ich dachte, bei Hardcore gucken die so böse. Warte, ich schaue mal ganz kurz. Ich mache mal eine Hose. Ah ja, also Brustplatten bringen sechs Armor, äh, Hosen zwei. Äh, sie, äh, warte mal. Okay, Helm zwei, Hosen fünf, Amor sechs, äh, also Brustplatte und Schuhe, zwei. Also Helm und Schuhe sind am wenigsten useful, Brustplatte und Hose sind halt natürlich am größten und damit auch ein Spaß. Okay, dann müssen wir die zuerst machen. Also ich habe jetzt hier zwei Eisen, hast du da alles abgefarmt? Drei habe ich? Ja. Vier habe ich? Oh, nochmal sieben, geil, das reicht. Ja, du kannst hier erstmal eine Hose machen. Ich habe jetzt eine Brustplatte mir gemacht. Okay. Okay, lass mal rauspiken. Gibt es ein Hotkey für sofort anziehen? Na, ist auch egal. Genau, also hier ist auf jeden Fall noch ein Zombie, den müssen wir sandwichen. Oh. Vorsicht, sterzig. Okay, ich sehe niemanden. Wollen wir den oben erstmal ausschalten? Der ist da irgendwie unterm Baum, deswegen verbrennt der nicht. Ja, ja, hier, hier, hier. Spam ihn weg. Oh, der verliert so Herzen. Wie machst du diesen tollen Hit? Du musst, du darfst nicht komplett durchspammen. Du musst deinen Hit, wenn du schlägst, siehst du dieses Schwert, das lädt sich auf. Ja. Immer warten. Genau, wenn es aufgeladen ist, macht es am meisten Damage. Du darfst halt nicht spammen. Dann siehst du, bleibt es die ganze Zeit los. Ach, da muss ich es loslassen, oder wie? Nee, hä? Also du musst immer tappen quasi. Einmal, bis es aufgeladen ist, dann kannst du wieder. Und dann macht es am meisten Damage quasi. Okay. Und das ist auch ein perfektes Timing für Knockback. Oh mein Gott, können wir die irgendwie am Leben lassen und züchten? Ja, können wir. Aber, ähm... Am Anfang noch nicht. Achte echt auf, warum, ne? Zombies. Und wir müssen irgendwie zurückfinden. Ich mach hier so ein... Ich mach hier Schnitzelrute-Dings. Alles ist gedacht. Am Tag sind Zombies sehr, sehr unwahrscheinlich. Warte mal, wir könnten, wir könnten jetzt hier Hühnchen... Ja. Können wir... Einsperren, einsperren. Ja, wir könnten die Hühnchen mit Samen, mit Samen einsperren. Was machst du da? Ich wollte es einsperren. Mit Samen? Also du kriegst, du kriegst Samen, indem du diese kleinen Büsche hier zerstörst, glaube ich. Abfall. Und dann können wir irgendwo hinlocken, oder? Äh, farm, farm du mal Holz. Farm du mal Holz. Ich farm Samen, damit wir die züchten können. Aber pass echt vor Creepern auf. Die können hier so im Schatten eines Baumes... Äh, Baumes... Ja, ja. Wir bauen so eine unterirdische Hühnchenfarm. Wie bei Tönnies. Ja, ja. Wir regnen die gleich in unser Loch da. Und dann lassen wir die da einfach vegetieren. Nice, nice, nice. Oh, das ist gut, das ist gut, sterzig. Danke, danke, danke. Übrigens, wir haben uns gedacht, dass wir vom Folge zu Folge ein bisschen unser Aussehen verändern. Werdet ihr ihn noch sehen? So, als kleiner Teaser. Das wird gut. Ja. Das Ding ist, wir werden jetzt auch von... Achso, übrigens, du kannst ja mit Doppel-W sprinten. Das würde ich nur machen, wenn du wegläufst, weil... Gute Info, danke. Ähm, das würde ich nur machen, wenn du wegläufst. Weil es verbraucht Essen? Genau, das verbraucht richtig viel Essen und das haben wir noch nicht. Okay. Hast du das Hühnchen im Blick, wo es ist? Äh, nee, aber ich sage gerade, hier erstmal ein bisschen Samen. Okay, ich habe jetzt ordentlich Holz. Ja, ich mache einfach immer mehr, ne? Davon brauchen wir wahrscheinlich viel. Ja, Holz, Holz einfach... Kann man irgendwie Holz verbrennen und dann kriegt man Kohle mittlerweile? Nee, ne? Äh, doch. Echt geil. Wenn du ungecraftetes Holz mit Plankenholz machst, glaube ich. Was ist Plankenholz? Es gibt ja dieses... Einmal verwertet quasi, ja. Genau, einmal verwertest, dann kriegst du vier Planken. Okay. Also ich glaube... Es ist actually ein guter Mix, dass der eine sich gar nicht auskennt, der andere zumindest ganz gut, weil es sind alle Leute abgeholt. Die Leute, die keinen Plan von Minecraft haben und die Leute, die von Minecraft einen Plan haben, denken sich nicht die ganze Zeit, oh mein Gott, was für zwei Rentner, Digga. Okay, du farmst gerade, oder? Ja. Ich habe hier jetzt ein paar Schweine, ich würde die einfach auch mal einsperren wollen. Ja, dann reservieren wir die uns. Ich mache hier auch so ein bisschen... Scheiße. Das Schlimmste ist, wenn man nicht nach Hause zurückfindet. Wie öffne ich nochmal? E, Alter. E wie Inventar! Scheiße, okay. Hier geht's zu unserer Base. Ich baue uns einen Weg zurück, ja? Okay. Also, dass wir wissen, wo lang. Ich mache da einfach gleich auch ein ultra kleines Gehege, wo ich die einfach reinhaue. Perfekt. Wie bei Tönnies, sag ich ja. Weißt du, was Tönnies ist? Äh, nein. Ähm, warte. Nein. Okay. Das ist so der größte... Oder einer der größten... Äh... Fleisch... Indus... Ah, ach so. Äh, Fleisch... Fleischhalter, ja. Fleischhersteller? Nee. Was ist... Scheiße, nein! Ultrakrasse Farm mit Schweinen und allem. Ah, man muss... Massentierhaltung des Todes. Ich habe vergessen, seit einem neueren Patch muss man, ähm... Ich habe es ja gewusst. Ich habe es ja gewusst. Nach einem neueren muss man, muss man... Oh, hier sind auch Kühe. Das ist nice. Okay. Kann ich das Hühnchen versohlen? Nee, ne? Also pass auf, wo bist du jetzt gerade? Äh, bei dem Hühnchen. Da, wo wir uns eben getrennt haben. Okay. Geht mal zurück zu unserem Häusländer. Ja. Und da werde ich jetzt einfach mal ein paar... Ein bisschen, äh... Dings hier. Wer ist denn das jetzt? Scheiße. Äh. Ja. Ah! Ja. Da werde ich jetzt ein paar Pflanzen anbauen. Ja. Und da hinten sind dann Kühe und die können wir locken. Weil Schweine kann man nur mit Karotten anlocken. Ah. Ja. Leute, guck mal, über uns... Da ist ein Baum in der Luft, auf Erde in der Luft. Minecraft. A new level. Okay. Äh, wenn du, wenn du übrige Fackeln hast, platziere die einfach mal hier überall in dem Bereich. Ja, das Ding ist, wir sollten hier auch keine Bäume stehen lassen, weil die erzeugen Schatten. Also rundherum alles wegrunden, oder? Wer so meine... Ja, 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 ja. Ja, ja. Mach das einfach mal. Dann ist das mal mein Job. Weil, nichts ist wichtiger, glaube ich, im Hard-Kommodos, als hier erstmal auch ein Safe-Place zu haben, weißt du? Aber wir müssen auch... Gibt es irgendwie so... Äh, ein Intervall, wo wir immer wissen, ah, so, in zwei Minuten wird's Nacht. Äh, nee, das merkt man, wenn's halt dunkler wird. Ja, aber... Ein Tag ist ja immer gleich lang. Wir müssen herausfinden, wie lang. Ich mach das nächste Mal, äh, Stoppuhr. Oh! Hier ist so ein Raider! Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Ich bin drin, ich bin drin. Mach zu, mach zu! Ich hab, ich hab zugemacht. Nein, du warst nicht komplett zu, Dicka. Keine Fehler erlauben. Okay, das war irgendein Viech, wovon ich keine Ahnung hab. Ich weiß nur, dass es Raider in dem Spiel mittlerweile gibt, die so richtige Überfälle machen, wo du dann so Wellen an Gegner besiegen musst. Warte mal, das war ein Bandit. Oder ein Bandit. Also, ja, Raider. Ja. Was? Okay, ich hab jetzt... Ich muss jetzt einmal essen, damit ich mich heile. Okay. Ich hab jetzt draußen gerade ein bisschen Samen angesät. Ja, der Raider klaut uns alles. Komm, wir können nochmal unten... Vielleicht... Naja, sind wir jetzt draußen erstmal fertig? Ich brauch Kohle. Ich brauch Kohle. Ich mach jetzt Fackeln, ja? Ja, ich mach nochmal zwei Spitzhacken. Für mich? Okay, ich hab jetzt 53 Fackeln erstmal. Okay, ja, ich hab null. Gib mir dann mal die Hälfte, bitte. Okay, ich würde jetzt einfach unten mal... Ich brauch mal Kisten, ja? Jo. Äh, mach mal die. Ich will auch sagen, das ist jetzt einfach erstmal unser Zuhause hier. Ja, ja, auf jeden Fall. Wir bleiben hier. So, ich hab Fackeln gedroppt. Jo, danke. Okay. Nice, dass man die automatisch aufnimmt, wenn man drinsteht. Nee, wie ging die? So? Nee. So? Okay, ich hab jetzt... Ich würde jetzt noch ein... Dieses... Einmal dieses Steak hier essen. Zack. So. Okay, dann lass uns mal runtergehen. Sekunde. Wir brauchen unbedingt mehr Eisen. Machen wir mal Truhen. Okay. Äh. Oh. Oh, egal. Ja, passt erstmal. Er füllt seinen Zweck. Nee, wir können die unten jetzt aber nicht... Äh, oben nicht aufmachen. Ja, dann reiß die oben ab. So, ich tue einfach mal alles rein, was... Ja, wobei ein bisschen... Ach, ein bisschen im Inventar kann man ja so... Okay, du weißt, mit Shift, ne? Was? Mit Shift links klick? Ja. Oh, danke. Hab ich vorhin gefragt, ob's so Hotkeys gibt. Okay. Ja, das ist jetzt alles wieder hier in meinem Gedächtnis. Ohne Witz. Ich glaube, die höchste Wahrscheinlichkeit, wie wir jetzt am Anfang sterben können, ist, dass wir halt in so einer Höhle einfach verrecken. Wegen Lava. Wegen... Ja. Wir fallen runter in Zombie-Horden. Aber früher oder später müssen wir einfach hier rein, deshalb... Ja, ja, aber jetzt noch nicht. Wir bauen erst mal mindestens full Iron. Geht's hier weiter? Nö, ne? Lass das mal zumachen, bevor ihr was spawnt. Ja, hier unten ist halt viel Eisen. Aber hier sind halt auch... Oh, lol. Hm? Oh, lol. Das ist ja richtige Horde, ne? Ja, ja. Aber Skelette auch? Skelette sind halt... Oh, Creeper. Creeper. Fledermaus greift nicht an, oder? Nein, Fledermaus greift nicht. Lass hier mal drumherum alles wegmachen. Oh, ich glaube, hier hinter der Wand... Alter, das klingt so nah, Digga. Okay, Achtung, ich würde jetzt hier links die Erde mal vorsichtig abtragen. Geht das mit der Faust am schnellsten? Es wäre halt schon geil, wenn wir hier runterkommen, weil in Höhen findet man am schnellsten Ressourcen. Ja, 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 das kriegen wir hin. Wir müssen die irgendwie halt safe abfahren. Ja, ein bisschen drumherum. Wie kriegt man... Wie craftet man Bogen? Ist das vielleicht machbar? Bogen können wir jetzt noch nicht machen. Wir brauchen Sticks und Seil. Von Spinnen, ne? Ja, Seil kriegen wir durch Spinnen oder durch Wolle. Ne. Äh, ich würde hier mal die... Ist das Lehm? Das ist keine Erde. Ne, Lehm findest du nur in Seen. Aber das ist keine Erde, weil ich kann es mit... Okay, hier ist ein bisschen Kohle. Ja, das ist so... Quarzzeug. Wir müssen letztendlich erstmal, glaube ich, außerhalb von Höhlen, den großen Höhlen, so einen kleinen Eisenvorkommen einfach finden. So wie eben, weißt du? Ich glaube, das sind die safe Varianten. Ey, hier ist doch... Ja, sicher ist es auf jeden Fall, aber halt nicht schnell. Ja, die Frage ist, worauf legen wir mehr Wert, ne? Warte mal, mir ist das gerade nicht geheuer. Ich leg mal auf den ersten Platz Stein, damit ich instant was setzen kann, wenn der Lava kommt. Lava hörst du durch Wände. Das blubbert. Hier ist nochmal Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Ich beohrte auch ab. Kronk. Kronk. So, zack. Also Kohle haben wir echt genug. Das ist nicht das Ding. Ich höre jetzt auch gar kein Zombie mehr. Was denn? Das ist runtergefallen. Alter, Bruder. Ja, ich hätte um mein Leben gekämpft worden. Ja, also wir können jetzt hier halt einfach versuchen, die nach und nach wegzufarmen. Ja, aber die respawnen ja auch in der Nacht, oder? Wenn wir hier alles unten ausleuchten, nicht? Ja, ja, genau. Aber wir müssen einmal, also ganz oder gar nicht, weißt du, was ich meine? Wir müssen dann wirklich, wenn dann, alles klären. Ich glaube, dafür sollten wir erstmal voll Iron gehen. Was baust du? Ich wollte gerade sagen, ich baue jetzt hier erstmal nach unten. Vielleicht können wir die durch die fälle Lücke wegholen. Stufenweise und dann durch einen kleinen Gang zu zweit wegslacken. Ja, ich baue jetzt mal nach unten hier. Okay. Aber bevor du ganz unten bist, sag Bescheid. Hier ist nochmal Eisen. Nice. Schön wegfarmen, den Rotz. Die Frage ist, oh, geht der Creeper unter mir in die Luft? Ja. Du musst nur nah genug sein, dann explodiert er schon. Okay, ich hab den Creeper. Nein! Scheiße, Digga. Es ist runtergefallen. Junge, dass ich das nochmal mache. Okay, ich hab einen Creeper. Okay, sehr gut, du bist Monsterhunter. So, Creeper, also, solange du zwei Stufen über den Zombies stehst, machen die halt, also, haben die halt keine Chance. Okay, ja, ich komm nach. Noch ein Zombie erledigt, ich leuchte aus. Ich komm nach. Ich glaube, es ist, kennst du, hast du Biene Meier geguckt? Oh, hier kommt einer. Okay, zu zweit angekommen hinter dir. Jetzt haben wir ein Problem, Digga. Nee, nee, alles gut. Ey, wir sollten die in einen engen Gang locken und nicht... Sehr gut. Okay, und ausleuchten. Guck mal, zack. Ja, aber wir müssen so eine enge... Sowas anlegen, weißt du? Verstehst du? So musst du es machen. Okay, nee, alles gut, alles gut. Alter, ich dachte, du wärst verreckt. Alles gut. Wir sollten beide erstmal in eine Richtung. Wir sollten eine Richtung dicht machen und zusammen in eine andere vorarbeiten. Weißt du, wie ich mein, Digga? Okay, ich mach hinten dicht. Du hast ja schon Eisen. Ja, du hast ja schon Eisen, deswegen würde ich erstmal zu dir gehen. Ich hab den Gang jetzt dicht gemacht. Wir haben hier Kohle, wir haben Eisen. Ja, okay. Slow and steady wins the race, Digga. Also, kennst du Biene Meier? Ja, ja, Biene Manja ist mal... Biene Manja. Alle Manja, Biene. Alle Manja, Biene. Geiler Verein. Also, da gibt's eine Folge... Hab ich früher mal sehr viel geguckt. Gibt's eine Folge, wo die Hornissen angreifen. Nicht die Wespen, die Hornissen. Oh. Also, die greifen wirklich an und die kämpfen. Okay. Und natürlich waren die Bienen komplett unterlegen. Aber, weißt du, was die gemacht haben? Was denn? Die haben ihr Nest, ihr... Nee, wie heißt das? Doch, Nest, ne? Ähm... Nee, ihr Bienen... Ah, Stock. Bienenstock, ne? Genau. Ihr Bienenstock haben die verriegelt. Ne? Gab nur eine Tür. Und die haben dann immer kurz aufgemacht. Zwei Hornissen reingelassen. Dann zugemacht. Und die komplett weggesprayt mit Speeren. Also, gekillt. Biene Meier und... Ja, wirklich. Die haben die komplett abgeschlachtet. Und so haben die dann slow and steady die richtig weggemacht. Das ist smart. Ey, kennt jemand die Folge? Findet man die vielleicht auf YouTube oder irgendwo? Schreibt doch mal in den Kommentaren. Okay. Ähm... Wir holen uns auch nochmal Eisen. Genau, das fahren wir jetzt erstmal aus. Eisenspitzhacke. Erhöht natürlich das Tempo auch über. Was ist mit der Fledermaus? Können wir die wegmachen? Äh, ja. Bringt uns aber nichts. EP. Oder? Weiß ich nicht. Tatsächlich. Was bringt eigentlich genau EP? Das war früher ganz so. Genau, darauf wollte ich mal eingehen. Also, EP brauchen wir auch richtig dringend. Wir müssen unbedingt über Level 30 werden. Und dann halt... Dann kann man verzaubern, oder? Wir können auch schon vorher verzaubern. Aber Level 30 ist am meisten worth. Wenn du über Level 30 bist, früher warst du... Endermänner, Endermänner, Endermänner! Nicht angucken. Nicht in die Augen gucken. Oh. Greif mich nicht an. Alles gut, ich hab ne Wand gezogen, Digga. Äh, also Endermänner... Reicht der Wünsche, äh, Traum der Wünsche ist es jetzt. Endermänner darfst du nicht in die Augen gucken. Ansonsten greifen sie dich an. Ja, und teleportieren, ne? Genau, sie greifen dich nicht an, wenn sie dich nicht, äh, angucken. Oder wenn du sie nicht anguckst. Angucken heißt, in der Mitte des Bildschirms? Dürfen die am Rand des Bildschirms sein? Ja, ja. Du darfst sie halt wirklich nur nicht direkt angucken mit deinem Crossheader. Also, äh, wir brauchen mindestens über Level 30. Irgendwie am besten Level 40 sogar, oder mehr sogar, jeweils. Mhm. Weil, ähm, Level 30 schaltet uns quasi an dem Zaubertisch, den wir dann irgendwann haben. Äh, der Zaubertisch? Ich geh nochmal ganz hoch, ja? Ja, ich auch. Ich verbrenne erstmal unser Zeug. Also. Hä? Oh, warte, hier. Komm hoch. Ja, dann kann ich ja hier dicht machen, oder? Ja, erstmal. Das verwirrt ja nur. Also, äh, Level 30 schaltet uns quasi am Zaubertisch. Alter, die gucken da hoch. Ja. Sorry. Die Level 30 Verzauberung halt frei. Ja. Das Geile daran ist, du siehst immer einen Effekt, der ist random, den dein Gegenstand bekommt, sobald du halt den Gegenstand reingepackt hast. Der ist immer auf dem Tisch. Genau. Also, wenn der Tisch hingestellt wird, hat der eine Verzauberung, die er immer auf den... Also, sobald du legst den Tisch hin, packst deine Waffe rein und dann siehst du den random Effekt, der erstellt wird für diesen Gegenstand. Aber der ist immer anders. Okay, ich dachte, so ein Tisch, der hingestellt wird, hat dann immer den einen Effekt, der immer draufkommt. Das wäre cool. Okay, Rotten, Rotten Flash brauchen wir gar nicht, oder? Nö. Und, ähm, genau, dann können wir halt unsere Sachen krass verzaubern. Das Geile, ab Level 30 gibt es, ähm, häufiger nochmal einen zusätzlichen Effekt. Quasi. Dann noch so random Effekte, die du zusätzlich hast, die teilweise halt richtig, richtig OP sind. Okay, okay. Und deshalb wollen wir unbedingt auf Level 30 verzaubern, äh, bevor wir irgendwie irgendeinen krassen Run machen. Okay, das Problem ist, diese fette Höhle da unten, da ist die ganze Seuche drin. Ich habe zwei Endermänner gesehen, kleine Zombies, große Zombies, Creeper. Das kriegen wir noch nicht hin, oder? Puh. Also, ich, ja, ähm, I don't know. Vielleicht machen wir, gehen wir erstmal auf Essen. Ja, würde ich sagen. Und draußen vielleicht Spinnenfarm für Bögen. Ja, wäre auch theoretisch möglich. Wir brauchen halt für Pfeile Flint und das ist halt nicht so einfach zu entdecken. Aber finden wir auch draußen. Ja, da brauchen wir halt Gravel, also Kies. Ja, das findet man doch. Oder? Ja, also, ich meine, wir können auch, wir können auch unsere eigene, also wir können ja auch unten jetzt noch ein bisschen buddeln. Mhm. Und, äh, ich brate übrigens mal das Fleisch. Ich mach dir mal einen Brustpanzer. Wir können ja unten noch ein bisschen weiter buddeln und diese große Höhle erstmal dodgen, weißt du? Hier, warte, für dich. Bei Nahrung haben wir erstmal echt genug. Oh, danke. Schiff, sehr gut. Ja, ich brauche einen Skin. Also, so sehe ich nicht aus. Ja, ich bin der Typ von Monopoly. Yo, yo, alter. Heftig, in der Rüstung. Yo. Okay, ähm, ich mach mal ein Ersatzschwert aus Stein. Immer Ersatz haben, wichtig. Regel Nummer, gibt's nicht auch Steinrüstung? Nee, ne? Nee, aber Leder. Wollen wir jetzt versuchen, den Bandit da draußen zu klatschen? Ja, also, ich will jetzt nochmal rausgehen, guck erstmal, ob Nacht ist. Ich meine, notfalls können wir halt nochmal hier reinflüchten. Wir können tatsächlich auch schlafen, ne? Es ist, es ist Nacht. Äh, geht grad unter und da ist ein Skelett. Der gibt doch, äh, Scheelette geben auch Bögen. Bögen auch. Teilweise, teilweise laufen die Bögen. Lass doch Ausfall machen, oder? Hä, verrägt der grad? Gibt's grad noch. Das wird grad Tag wohl. Perfekt. Weil dann verdrennt der. Ja gut, dann warten wir kurz. Ich hab die Nummer Schuhe gemacht. Alter, ehre scherzig. Du bist, du bist halt unser Schmied. Ja, ich glaube, er ist tot. Absoluter Schmied. Ich guck mal raus. Ja, dann wird's wohl grad Tag. Nee, er lebt noch. Ja, ist Tag geworden. Enderman vor unserer Base. Der, der greift nicht an. Okay. Aber der lebt noch. Go, go, go. Schönes Ding. Kann ich dich auch schlagen? Ja. Du hast einen Fein im Rücken, Digga. Okay, wir haben da den einen Banditen. Der steht da. Äh, ich würd's sagen, wir lassen ihn in Ruhe. Dein Wasser? Im Wasser sind Leute. Im Wasser sind Leute? Oder was ist das? In Algen, Digga. Achso, die gucken da raus. Au, ah. Okay, pass auf. Okay, der Band. Okay, drauf, drauf, drauf. Au, au, au. Au, au. Okay, okay. Aua. Scheiße, Dreckschwert. Pass bloß auf. Ich sterb nicht. Lauf, 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 lauf. Hier, halt schnell. Wieso hat der ein Schwert? Ich weiß es nicht. Junge, warum? Das Spiel will auch, dass wir verreckt werden. Woher kommt der? Weiß ich nicht. Lass doch mal die Dornen wegmachen, oder? Oder bringt das was? Ja, ja, ja. Nee, mach einfach weg. Vielleicht kann man die sogar essen. Ich weiß es nicht. Soll ich mal probieren? Ähm, wenn du Full-AP bist, auf jeden Fall. Lebensmittel, Vergiftung, Ink. Bringt gar nichts. Wie? Hat nichts gebracht, oder? Man kriegt ein bisschen Essen dazu. Doch, doch, ja, ein bisschen Essen. Alter, schön. Schön. Kann ich die ja anpflanzen? Dann, dann, ja, ich glaube schon. Dann halt fällen, aber mehr nicht. Okay. Wir müssen die Bäume wegmachen. Ey, der konnte nur so nah an uns rankommen, weil der im Schutz des Dickes war. Wir fällen jetzt die Bäume hier. Mir reicht's. Alter, der hat mich fast umgebracht. Der hat mich aufgeschnitten. Boah, Alter, dieser Kleine. Ich hing dann in den Bäumen auch fest. Es ist kacke mit den Bäumen. Ich hatte halt Angst, dass ich dich treffe. Mit meinen Schlägen. Ich glaube, hast du auch einmal. Ich habe immer so hart gefressen. Es gibt halt so eine Art Splash-Damage hier. Wenn du mit einem Schwert schlägst. Ich glaube, ich habe dich auch einmal aus Versehen gehittet. Ja, ja. Bin mir nicht sicher. Sorry, Bruder. Macht nichts, Mann. Verzeih ich dir. Gut. Zack. Zack. Hä? Ist hier wer auf dem Baum? Nee. Kann auch sein, ne? Ist hier auf dem Baum spawnen, oder? Äh, nee. Ich glaube, eher weniger. Die spawnt es? Ja, sehr gut. Oh, das ist schon mal gut. Okay, wir machen wirklich hier vor einfach alles weg und leuchten einfach alles aus. Ja. Dann haben wir hier schon mal zumindest eine kleine Safe-Area. Wir kriegen übrigens Sticks von den Bäumen. Das ist nice. Warum? Ja, Äste halt. Ja, aber was ist der Grund? Warum kriegt man... Ach so. Ich dachte, die, was man aus Holz macht... Nee, sind doch Steaks. Ja. Okay. Die Stöcker. Okay, müssen die wissen. Genau. Ähm. Also, okay. Wir brauchen halt unbedingt jetzt mehr Eisen. Aber man kann gedrückt halten, sehr gut. Wir brauchen ganz viel Eisen. Okay. Kurz langfristiges Ziel, was jetzt erstmal wirklich unser erstes Ziel ist. Wir müssen unbedingt in den Nether, denn wir brauchen, also... Jetzt schon? Wir müssen, äh, es ist jetzt langfristiges Ziel. Wir müssen zum Ender-Portal und dort gibt es eine Wahrscheinlichkeit, wie viele Augen... Also, man braucht so Ender-Augen für dieses Ender-Portal, damit man überhaupt erst in das Ender-Portal rein kann. Zum Ende. Die kriegt man im Ender. Äh, Nether. Was? So. Es gibt den Nether. Das ist sowas wie die Hölle. Das ist voll rot und so. Da braucht man ein Portal für, oder? Genau, da braucht man ein Portal für und es gibt, äh, das Ende. Also, da, wo die Endermänner und so herkommen wohl. Und dieses Portal existiert schon irgendwo auf dieser Welt. Das müssen wir finden. Und das, genau, das müssen wir finden. Gibt's da für ein Gerät, so ein Kompass, der uns da hinfällt? So ähnlich, so ähnlich. Okay, okay. Ähm, und wir brauchen, um dieses Portal am Ende zu aktivieren, aber eine bestimmte Anzahl von Augen. Ich glaube, es können höchstens sechs sein, aber es könnten auch weniger sein. Also, es ist so random generiert, wie viele Augen schon in diesem Portal drin sind. Ich glaube, insgesamt hat dieser, dieses Portal braucht neun und es spawnen immer schon ein paar drin. Okay. Ähm, und für diese Ender-Augen müssen wir richtig viele Endermänner töten. Okay. Und damit statten wir quasi das Portal aus und so kommen wir dann zum Ende. Genau. Okay, und wie kommen wir nochmal in den Nether? In den Nether brauchen wir dieses, äh, dieses Nether-Portal aus Obsidian und dafür brauchen wir Diamanten. Ne Diamantspitzhacke. Okay. Obsidian abbauen. Okay. So, und in den Nether müssen wir eine gewisse Art von Mob finden. Das sind so fliegende Stäbchenmonster. Die sind so gelb. Und die brauchen, okay, und warum? Und die haben so ein Item, wenn man die killt, so ein, äh, so ein Stab. Ja. Und aus diesem Stab kriegt man nen Pulver und das kriegt man nur aus diesen Dingern. Und dieses, mit diesem Pulver stellt man diese Ender-Augen her. Okay. Genau. Achso, die kann man, achso, ist quasi ne Alternative zu Endermänner-Farmen. Ne, äh, denn wir kriegen von den Endermännern kriegen wir Ender-Perlen. Das sind so einfach nur so kleine Pärchen. Und die zusammen mit den... Genau. Und wenn man... Aber man tut beides in den Topf. Man tut quasi beides in den Topf. Einmal die Scheiße, die man aus den Stäbchen der bewaffneten fliegenden Viecher aus dem Nether bekommt. Genau. Ey, warum ist das ne Wissenschaft? Ja, ist crazy. Ich sag dir. Ähm, genau. Also, äh, und diese Augen sind halt auch random, ob Endermännern die droppen oder nicht. Mhm. Ähm. Dann lass doch hier direkt den Kollegen aufschneiden. Diese Pärchen da, genau. Die Pärchen aus den Stäben. Ich bin so schockiert, Digga. Also, Endermänner droppen Perlen. Ja. Und diese Blazing-Dinger im Nether, diese, diese Viecher im Nether, diese schwebenden Viecher, die droppen... Pulver. Die droppen das Pulver. Und aus dem Pulver macht... Achso. Sorry. Und wenn man die Perlen und das Pulver zusammen macht, kriegt man ein Ender-Auge, welches wir für das Ender-Portal brauchen. Und davon brauchen wir... Wie viel? Davon brauchen wir, glaube ich, maximal... Sechs. Sechs oder so. Aber wir sollten auf jeden Fall einige machen. Am Ende stehen wir doof da. Ja, true, true, true. Das wollen wir nicht. Und wir brauchen noch eine... Achso. Ich glaube, wir brauchen generell mehr. Denn wie finden wir das Ender-Portal? Dazu komme ich jetzt. Und zwar kann man diese Augen... Ich weiß gerade nicht, ob es die Augen oder die Pärchen waren. Ich habe keinen Bock mehr. Man kann diese Augen in die Luft werfen. Und die fliegen dann für einen kurzen Zeitpunkt in die Richtung, wo das Ender-Portal ist. Und wir laufen also dann durch die Map, werfen das immer in die Luft und irgendwann bleibt es einfach in der Luft stehen. Und da ist dann so der Zeitpunkt, wo wir dann einfach nach unten graben und dann ist es unter uns irgendwo ganz tief in der Höhle. Hey, wir schmeißen den ganzen Tag an der Oberfläche diese Augen rum und hoffen, dass... Genau. Und das Ding fliegt dann immer in die Richtung und in die müssen wir laufen. Ah, okay. Ich dachte so einfach... Genau. Und irgendwann bleibt es dann halt einfach in der Luft stehen und dann wissen wir, wir sind da. Mhm. Okay. So, das ist basically, was wir jetzt versuchen hier in dieser Serie. Okay, ja. Dann hast du es einmal erklärt. Gut. Gut, gut, gut. So nämlich, also wir brauchen erstmal, also unser erster Abschnitt ist quasi, wir müssen ins Nether. Ja. Und da arbeiten wir jetzt drauf hin. Wir brauchen also Diamanten und Obsidianen. Okay. Okay. Das ist doch was. Aber erstmal brauchen wir auch einen Snack, Digger. Ein schönes Steak. Yo. In echt, oder? Why not? So, wir haben jetzt erstmal hier ein bisschen Licht gemacht. Ja, muss aber noch mehr. Safer. Safer Sex. Bitte? Sicherheit ist sicherlich von höchster Bedeutung. Das gebe ich dir, ja. Das gebe ich dir. Das gebe ich dir. Okay, die Berries sind tatsächlich ziemlich cool, weil man die einfach phrasen kann. Ja, aber wenn man die pflanzt, kriegt man einen Berry. Also wo ist der Sinn? Oder kriegt man noch mehr raus? Man kriegt viel mehr raus. Echt krass. Okay, geil. Ich hatte zum Beispiel gerade irgendwie fünf Pflanzen gefarmt, hatte irgendwie nur 20. Cool. Ja, ja. Okay, äh, ja, brauchen wir dann dringend Essen, ist die Frage. Wenn wir das einfach farmen können. Eigentlich schon. So ein Steak macht halt irgendwie vier, vier Keulen. Hm. Jo. Also, ich hab ja da gerade hier Dings angebaut. Ein paar Pflanzen. Ja, ich mach auch nochmal Räsel. Wie hast du diese Erde gemacht? War die einfach hier? Hier, mit so einer Hau. Ah, mit einer Hau. Okay, krass. Genau, und Wasser. Wasser muss dann... Oh Gott, ich dachte, jemand schießt auf dich. Ey, hör doch auf! Warum, Junge, warum... Die musst du nicht an... Die kannst du überall anpflanzen. Ach so. Das Beet ist hier nur für... Also pass auf, Wasser... Ich dachte, es wechseln besser oder so. Das Wasser hier, ne? Also, um Sachen anzupflanzen, brauchst du bewässerte Erde. Das siehst du hier, den Unterschied zwischen Trocken und Nass. Sieht man, glaube ich, ganz gut. Ja. Und das Wasser wässert quasi vier Felder in alle Richtungen. Also, ein Block Wasser wässert quasi vier in jede Richtung. Okay. Du, was mit dem Bambus hier? Lassen wir stehen, oder? Das ist ja der Dings. Das brauchen wir. Hm. Ja. Diese... Ähm... Diese Sträucher, die ich aberern kann, ne? Damit ich da Samen drauskrieg. Muss ich die mit irgendwas bestimmen abbauen? Damit ich was drauskrieg? Äh, ne. Okay, weil ich krieg echt sehr selten was davon. Ja, du kannst nur die fällen, die schon Bären dran haben. Ne, ne. Ich mein hier so für die normalen Samen. Ach so, ja, ja. Das ist random. Okay. Wie viele du kriegst. Aber wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Samen, damit wir, ähm... Schöne Zucht machen können. Wir müssen auch die Bäume über unserer Höhle abbauen, weil sonst spawnen die genau über uns. Das bringt gar nichts. Also, das bringt nichts, wenn wir die stehen lassen. Vor allem müssen wir ausleuchten, glaub ich. Ja. Ja, ist ein bisschen Groundwork heute, ist klar, ne, Leute? Du. Aber es ist ja auch kein Spaßprojekt. Ne. Das Traurige ist halt, wenn wir so bei Folge 9 oder so sind und da einer dann stirbt. Es wird passieren. Das wird halt so frustrieren. Ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, dass die große Wahrscheinlichkeit darin besteht, dass wir am Anfang verricken. Ja. Also direkt am Anfang. Ist auch so. Und dann war auch direkt Nacht. Alter. Also... War schon schwieriger Start. Man stirbt eigentlich so im Late Game meistens nur dadurch, dass du dummen Lava fällst. Ja. Also einfach so im Nether vor allem. Ja, oder in Gegnerhorden, oder? Oh, es wird nachts. Äh, äh, Señorita. Ja, weiß nicht. Eigentlich bist du später so krass ausgerüstet, dass es dir nicht mehr so viel ausmacht, wenn dir irgendwas explodiert, oder so. Okay, crazy. Später, also später bist du halt einfach OP. Ich hab jetzt draußen ein bisschen ausgeleuchtet, schauen wir mal. Warte mal. Ey, früher in der Alpha, da konnte man so Monsterfallen machen, um richtig viel zu farmen. Ja. Mit einem Monsterspawner. Ja. Das müssen wir unbedingt machen. Weiß nicht. Ist nicht nötig? Äh, am meisten EP kriegt man eigentlich durch Netherquards. Ist so ein, sowas wie Kohle, nur halt im Nether. So Quarzzeug. Das abbauen. Das, genau. Das einfach abbauen, ist überall im Nether. Und das gibt übertrieben viel EP. Ja. Dann machen wir das. Ganz kompromisslos. Ist zwar nicht so cool, aber hier geht's nicht um Spaß. Ja, also wir bauen ja auch keine schönen Häuser oder sowas, weil die Leute sagen, baut doch mal eine schöne Hütte. Baut doch jetzt mein Haus. Sortiert eure Kisten. Darauf freue ich mich schon. Darum geht's hier nicht. Ja, denkt ihr wie... Oder, da war noch Kohle. Ja. Minute neun dreißig. Äh, danke, danke, Stärz. Ihr habt ja Eisen übersehen. Achso, du warst noch draußen. Ich dachte, du wirst auch schon reingelaufen. Lass uns mal eine Holztür bauen, oder? Brauchen wir nicht immer auf- und abbauen. Wir können eine doppelte Tür bauen. Vor allem. Safety first. Vor allem so. Äh, ich hab eine. Ja, okay. Ich krieg's nicht geschissen. Oh, warte. Das ist actually gut. So, ich hab jetzt eine doppelte Tür gebaut für doppelte Sicherheit. Sehr gut. Ich baue hier Treppen. Ja, vor allem. Wir flamen hier. Es geht nicht darum hier. Schön. Meanwhile, machen wir eine Tür und Treppen. Warum Treppen? Wir brauchen keine Treppen. Damit wir nicht springen müssen, Stärzig. Ich bin rei. Es ist einfach alles nur Komfort. Also, eigentlich müssen wir jetzt direkt gleich in die Mine. Ja, rein. Und weitermachen. In die Mine. Wir brauchen Eisen, Eisen, Eisen. Ja, nur, mich fuckt das hier ein bisschen ab, wenn's hier so ... So, mir reicht das auch schon. Okay, ich würd mir kurz mit zwei Eisen noch ein Eisenschwert machen. Dann carry ich vielleicht ein bisschen durch. Aber ist okay. Oder du nimmst es. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Nö, können wir so machen. Ich hab dann ... Ja, ich muss noch ein bisschen gucken. Also, ich brauch halt auch so ein paar ... Das ist halt wichtig, glaub ich. Ich mach mir nur ein Steinschwert. Keine ... Ja. Gibt es nicht auch so Lederrüstung, so Billowrüstung? Ja, aber dazu brauchen wir Leder. Ja, okay. Ja, ja, klar. Nur, nur generell gefragt. Ja, Lederrüstung ist überhaupt nicht worth, weil Leder ist halt am Anfang vor allem sehr ... Okay, das war ne Hexe. Draußen? Irgendwo links neben uns. Hier ist irgendwie so ein ... Alter, Hexe hat mich im Pyro richtig massakriert. Ja? Ja. Die hat mich richtig weggemacht. Ey, die ist, glaub ich, hier irgendwo. Okay, lass mal links gehen. Da, wo wir waren. Und dann kleben wir da weiter. Ja, okay. In die andere Richtung, wo du zugemacht hast. Ja, ja, ja. Okay. Wir haben halt schon echt viel. Also, wir haben halt schon ne dicke Eisenrüstung, was uns schon mal echt gut schützt. Kann man irgendwie blocken mit Rechtsklick oder so? Nee, ne? Gar nicht. Da konnte man mal. Ja, ne? Aber mittlerweile gibt es ein Schild. Welches wir auch machen sollten. Man kann doch Dual-Whealing machen, ne? Okay, das heißt ... Ah, du hast hier zugemacht. Ich hör Wasser. Ja. Okay. Oh, ich hab gar nicht so viel Fackeln. Fällt mir grad auf. Ich auch nicht. Ich mach hier erst mal zu, ja? Jo. Ich hab Eisen. Wir brauchen ganz viel Eisen. Scheiße. Ich brauch ein bisschen Stuff irgendwie. Warte mal. Zum Zummachen. Also, vor allem sollten wir auch jetzt schon auf Verzauberungen halt gehen, glaub ich. Weil wenn wir ne Eisenspitzhacke haben, die wir verzaubern und es gibt so ne Verzauberung, die heißt Glück. Äh, und da kriegen wir zum Beispiel aus ne Diamanten, aus einem Diamantending mit Glück irgendwie drei oder so. Mhm. Aus einem Diamantenblock. Und das ist, das, es gibt halt richtig viel Farm, wenn wir das bekommen sollten irgendwie. Ja, krass. Und deshalb sollten wir schon jetzt, also dieses Bambus, was ich da angebaut hab, ist jetzt dafür da zum Beispiel, um... Wie, genau. Was brauchen wir für den Tisch nochmal alles? Äh, für den Tisch brauchen wir Obsidian, ein Diamanten, äh, und vor allem... Wollen wir uns hier reinwagen? Ganz, ganz viel Papier. Okay. Bitte? Wollen wir uns hier reinwagen? Äh, ja. Wär ich dabei. Was sagt denn der Timer eigentlich? Äh, 50... Ja, wir haben noch 10 Minuten. Okay. Okay, aber das sieht ja relativ ruhig aus. Okay. Ich glaub, wir kommen jetzt gleich in die Höhle, aber von der Seite. Mhm. Ja, hier vorne. Okay, lass uns da echt so einen Gang bauen, dass sie nur durch eine enge Gasse kommen. Ja, ich hab sie gebetet. Aua. Hä? Okay, jetzt kommt, müsste der... genau. Ja, lass ihn kommen, lass ihn kommen, lass ihn kommen. Er hat die Federmaus getroffen. Schon über zwei hab ich, zwei hab ich, zwei hab ich. Ja, nicht zu viel wollen, nicht zu viel wollen, Steffi. Ich hab voll Appell. Bis jetzt noch. Okay, okay. Okay, ausleuchten, falls du hast. Ich hab nicht. Kannst du mir Kohle geben? Oh, schlecht vorbereitet. Schlecht vorbereitet. Oder gib mir einfach ein paar... gib mir einfach ein paar Fackeln. Ich hab keine mehr. Ich baue jetzt hier um kurz Kohle ab. Alter, wir gehen hier beide ohne Kohle? Ja, wir sind lost in space. Digger. Okay, ich mach kurz Wackeln. Okay, ich hab 20 Wackeln, ich baue jetzt hier alles voll. Das muss unser Safe Space hier sein. Wir dürfen nichts spawnen. Mach das Wasser hier weg. Ich mach das Wasser hier weg? Ja, ja, das geht gar nicht. Ansonsten werden hier runtergespült. Okay, geil. Ich merke gerade, was ich einfach für ein Minecraft Tryhard bin. Also, war auch. Ich glaub, Rangliste bin ich locker. Rangliste 2. Du spielst auch gern mit Leuten von der Rangliste. Tu. Fühl ich mich besser. Okay, ja, geil. Die Hülle ist komplett gekleert. Zumindest die hier, ne? Also fast. Hier kann man jetzt erstmal richtig viel abbauen. Sehr, sehr gut. Hier kann man sich auch ausloggen. Das ist kein Stress dann. Oder? Ich würd's nicht riskieren. Okay. Hast ja recht. Es gibt immer so eine dunkle Ecke, da spawnen dann einen Creeper und dann... Was ist für uns beide? Vor allem, das erfahren wir dann beim Tag der Aufnahme, so weißt du, wie undankbar. Wir loggen uns ein. Das Witzige ist ja auch, dass... Selbst wenn Max jetzt stirbt und ich noch lebe, ist halt für mich auch vorbei. Ja, ja. Ja, ja. Das ist over. Einer macht einen Fehler. Wir müssen auch... Ich fänd auch, wenn wir das so integrieren, dass derjenige, der stirbt, dass der irgendeine Strafe kriegt. Das find ich gut. Weil dann... Also, wir brauchen noch mehr Motivation, nicht zu sterben. Ja, ja. Dann würd ich sagen, Leute in den Kommentaren... Ja. Also jetzt nicht übertreiben, spring von der Brücke runter. Alter, was? Ich fänd irgendeine witzige Strafe wär witzig. Ja. Auch so etwas vielleicht sogar für den anderen. Weißt du? Ja, find ich... Ja, das find ich sehr gut. Aber überleg doch mal in den Kommentaren eine Strafe. Genau. Ja, ich kriege einiges an Eisen. Welches Level bist du? Ja, du hast viel hergestellt, ne? Und auch viel gekillt. Ja, ich bin sieben. Ist es wichtig, dass wir gleich das Level ungefähr erhalten? Ne, ne? Es ist halt später wichtig, wenn wir verzaubern, ne? Also, wenn man Level 30 ist oder Level 40 zum Beispiel, dann haben wir halt diese Level 30 Verzauberung halt freigeschaltet. Aber jede Verzauberung kostet dann so vier Level, drei Level oder so. Also, du bezahlst dann quasi mit deinem Level. Ja. Okay. Ja, aber nice. Ich mein, bei mir ist jetzt natürlich ein bisschen Rentnerfolge gerade am Anfang... Uh, hier geht's weiter. Okay. Okay, okay. Da ist Gold. Gold? Ja. Okay. Würde ich einfach mal einsammeln. Goldene Äpfel. Oh, hier wächst irgendwas unterirdisch. Okay. Creeper. Okay, ziemlich zurück. Besser ist das. Besser ist das. Okay. Ich mach ein paar Fackeln. Nee, da ist Gold. Okay, okay. Kann man irgendwie alles mit einem Klick herstellen? Von dem Stack? Ne, ne? Äh, Shift und draufdrücken. Oh, danke. Das sind gerne so ne Tipps. Wirklich. Also, in den Kommentaren. Einfach mal, genau. Ansonsten einfach fragen. Ich weiß eigentlich, dass wir es. Äh, wollen wir hier den Creeper... Also, hier geht's weiter. Ich... Ja, ich trau mich... Ja, der ist... Ja, gerne. Können wir machen. Ein Creeper ist halt gar nicht so schlimm. Ich glaub, selbst wenn der neben einem steht, stirbt man nicht direkt. Ja, wenn man nackt ist, glaub ich schon. Wenn man nackt ist, ja. Aber wenn du halt Fettrüstung hast, dann kriegst du halt nur viel Damage. Hier sind zwei Creeper. Ich lock mal einen ran. Ja, aber... Okay, ja. Das war Bad Plate. Eben noch sagen, ja, ich bin so ein Minecraft-Schwitzer. Und dann erst mal vom Creeper passieren. Manchmal ist es sicherer, den Creeper einfach explodieren zu lassen. Ja, natürlich, aber... Man muss ihn halt... Oh, ich hab dich gehittet. Wallah. Alles gut. Okay, ich hab kein Essen. Hast du was zu essen? Ich hab mich nur vorbereitet. Okay, ich leuchte hier auch mal aus. Hier ist noch richtig schön viel Eisen. Das ist gut. Wenn man full life isst und dann isst, dann regeneriert man viel. Hier ist... Hörst du es hinter der Wand? Da blubberts. Ja! Okay, das ist gut. Wir haben hier... Schatz, wir müssen zurück gleich. Ja, okay. Wir haben hier... Das machen wir jetzt das nächste Mal. Oh, geil, ne Mine. Wir haben hier ne Mine. Da gibt es richtig viele geile Items. Unter anderem auch viele Diamanten und so ein Shit. Melone auch, was wir recht gut anbauen können. Ich würde sagen, wir haben jetzt noch zwei Minuten, in denen wir ein bisschen farmen können. Oder wir gehen jetzt einfach schon mal nach oben und breiten schon und packen schon mal alles in den Ofen und so. Okay, ja. Weil ich hab schon einiges. Ja, ja, ja. Ich würde mich halt immer gern in der Höhle ausloggen, glaube ich. Oh, hier tropft Lava von der Decke. Echt? Über uns? Ja, ja, hier. Hier tropft Lava. Ich markier das mal. Oh, ja. Okay. Ja, ja, okay. Aber das ist gut, dass wir hier schon mal ne Lavaquelle gefunden haben, weil wir brauchen früher oder später Obsidian. Stimmt, da muss man Wasser drüber gießen und dann... Genau. Überstehende Lava quasi. Liebe Minecraft. Liebe Minecraft. Wusstest du schon, dass wenn man in Minecraft... Okay, ja, ja, ja. Das ist immer das Krasse bei Minecraft, sich so merken, wie man... Wie die Höhle strukturiert ist, um wieder rauszufinden. Ja, 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 das ist wirklich schwer teilweise. Okay, ich höre wieder ein Enderman ein. Hey, das war die Höhle von eben, die wir komplett geklärt haben. Aber wo waren die Endermaner, die zwei, die ich da gesehen hatte? Die spawnen. Keine Ahnung. Ach, echt? Geht das? Ja, ja. Die... Es wechselt irgendwie. Okay. Okay, dann packe ich jetzt hier mal alles rein. Ich habe hier 20 Eisen. Das ist schon mal nice. Wir können unsere Rüstung komplett ausbauen. Ich habe nochmal ein 31... Hier brennt jetzt 41 Eisen durch. Bei mir. Nice. Da habe ich mir ein bisschen besser gefahren, bin ich ehrlich. Ich teile das ruhig über die... Über die Würfen auf. Achso, ich dachte, das ist der Fall. Oh, nee, okay. I see. Okay. Jut. Jutti. Einen Pfeil habe ich. Geil. Zack. Okay, wir haben einiges an Eisen. Progress. Genau. Wir müssen uns so schnell wie möglich halt uns halt... safe machen, Alter. Digga, dein Name ist ja sogar Hak Heno. Ja, klar, Digga. Hak Haeno. Hak Haeno. Ja. Wir haben noch zwei Minuten, aber wir müssen uns ja auch nicht forcieren. Wir können nochmal... Ist Tag. Können wir draußen nochmal... Ich kann ja nochmal... Ist Tag. Das wäre so witzig, wäre es jetzt gestorben. Ja. Creeper tot. Zwei Creeper tot. Ja, ich... Boom. Okay, dann kann ich hier nochmal was an... Dingsen. Ah, geil, hier ist Weizen. Gedingst. Ja, das kannst du noch nicht farben. Ich glaube, das ist noch nicht ready. In der Sense, oder? Nee, nee, das kannst du einfach so farben, aber es... Es wird dann richtig saftig und thick. Okay. Die Zeit im Auge. Ja. Eigentlich brauchen wir... Ich muss einen Timer stellen. Nächstes Mal. Weil... Ach, warte mal, aber wir haben noch voll lange geredet davor noch. Ja. Ah, ja, okay. Deswegen, nächstes Mal mache ich einfach einen Timer. Ja. Und dann ist halt wirklich so, wenn der klingelt, gibt es keine Diskussion mehr. Egal, wo man steht. Alt F4. Okay. Okay, wir haben jetzt noch 82, äh... Ja, 55 Sekunden. Ja. Okay, dann lass uns reingehen. Judy. Ich muss noch ein bisschen ein Fazit ziehen. Ja, genau. Also, also... Wollen wir hier nochmal zubauen, den Schacht? Nee, ne? Äh, sicher, sicher, Digga. Aber, ne, ja, nee, brauchen wir eigentlich nicht. Eigentlich nicht, Digga. Ich kann mal hier sowas machen. Da kommt dann nichts durch. Okay, also... Was auf jeden Fall sinnvoller ist, wir sollten uns betten machen. Wenn wir gleichzeitig halt ins Bett gehen, dann ist halt direkt wieder Tag. Ah. Das wäre sinnvoll. Können wir kuscheln. So, ja, aber ansonsten... Okay. Das heißt... Erfolgreich. Schreibt uns gerne, was ihr hiervon haltet. Macht Vorschläge für Texture Packs, Mods, Spezialregeln. Also, lieber zu viel als zu wenig, ähm, ja, an Input geben. Genau. Nächste Folge am Samstag bei Sterzig auf dem Kanal. Ist alles verlinkt in der Videobeschreibung. Ansonsten, gibt's noch was zu sagen? Nee. Nee, nee, nee. Ich hab getry hearted. Geile Frisur übrigens. Danke, Sterzig. Ja. Du auch. Dankeschön. Äh, diese Tasse gibt es zu kaufen bei meinem Merch-Anbieter Bravado. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Äh, ansonsten... Werdet Kanalmitglied. Ja, gibt jetzt hier auch lustige Emotes. Umso mehr wir sind, umso mehr kann ich hochladen. Kostet 99 Cent. Das ist ja nichts. Ja, umsonst kann ich's leider nicht anbieten. Das ist voll awake. Okay. Tschüssi. Ciao. Ciao.